Ich heiße Frank Tinnemeier und bin von der Stade Marketing und Tourismus GmbH und wir freuen uns in dieser Woche, dass wir die ersten Öffnungsperspektiven jetzt wieder im Tourismus haben. Das ist wirklich sehr schön, die Außengastro darf öffnen. Wir dürfen unsere Touristinformationen wieder öffnen, auch das ist toll und wir freuen uns auch passend dazu, dass die zweite Staffel von Velero Sessions jetzt wieder an den Start geben. Das ist aus unserer Sicht absolut stark, was Amir und Philipp da jede Woche auf die Beine stellen und quasi den Künstlern aus Stade und Umgebung damit wieder eine Stimme geben und das finden wir so gut, dass wir das von der Stade Marketing und Tourismus auch unterstützen. Ja und jetzt freuen wir uns wie gesagt auf den Start der zweiten Staffel mit Nature Souls.